Er wurde zum Töten ausgebildet. Guten Morgen. Doch dann wollten sie ihn loswerden. Das ist eine Pfade! Zwölf Jahre hat er versucht, die Vergangenheit zu vergessen. Ich bin dir eine Menge schuldig, John, aber der Krieg ist vorbei. Du kannst es nicht ändern, deine Kameraden sind tot. Quang hat sich ein Imperium aufgebaut. Mach den fertig! Doch Vietnam kann man nicht vergessen. Der Mann ist ein Mörder. Die Zukunft gehört uns, Freunde. Stahljustiz. Ich hab die besseren Karten. Leg dich nicht mit der vietnamesischen Mafia an. Ihre Frau ist meine Geiser, Mr. Steele. Sie können mich nicht aufhalten. John Steele ist wieder da. Sie können ihn nicht aufhalten. Sie können ihn nur töten. Stahljustiz. Er will Quant töten. Weil er noch eine alte Rechnung offen hat. John Steele hat kämpfen gelernt. Man braucht eine Armee, um ihn zu kriegen. Deswegen bin ich ja hier. Stahljustiz. Er ist eine große declared Karte. Vielen Dank.